da ist er freut sich gerade macht mir so angst guckt ihr euch an der part bestimmten was ich hab ja würde ich auch sagen also wenn ich den sehen dann möchte ich auch abhauen tschüss ich bin auch nicht kann man auch denken dass sie auf drogen ich sag mal nichts dass ich alle um sonst passiert genau das ist ja wie in der vorherigen runde in der vorherigen runde dieser blick alter von mario akku mal mein kleiner freund kommt ja den empfangen ich ganz lieb hallo schade und da fliegt mein gründer panzer weg der joshies club auf drogen und er weiß nicht was der macht ist der fk er packt sich einfach mal wieder in die map hinein ein übergewichtiger browser geohnt ich war erst dann ich bin ich bin erster um ein netter freund kommt wieder die möchte ich töten scheiße 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 verein nein es war so eng wieso bist du dich rein gefahren weiter einer schon ausgeschieden er wurde hart betrogen überraschend scheiße wer aber vielleicht nicht gegangen nein nein mal ja was macht pause eigentlich oh mein netter freund kommt wo ist denn der kann nochmal her hallo rota joshi ah und ich werde dich doch mal irgendwas ich will weg ganz außen ganz außen eine fette große es so fett ich habe es bestanden nein nein oder schießt nicht zurück wie lieb ich habe eine bombe auch mein netter freund kommt wieder hallo nach schade aber den rücken panzer gibt ja krass aber netter freund ja es hat doch gezählt das umfährste item in dieser runde habe ich bekommen ohne mist er wird jetzt gejagt bleibt stehen man ja plus neun punkte kommen also der zweite hat nur vier punkte heftig ich hatte neun und der andere hatte vier und dann nur noch 22 22 richtig krank mlg es ist wieder soweit battle time ich werde die alle dort nach schwabergatik bringen da war man schnitt nach dass er kann dag misstach warum sind sie nicht zu mir gefahren ein kleiner kuba hallo kubi oh gott bist du krank nein cool macht sich nicht ich habe irgendwo ein grünpanzer da ist ja diese nintendo server ist die tussi auf drüben alter 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 was geht ihr ab ey hat sie noch nicht getrocknet torsett verfolgt mich die einzige geschachtel und ich verhindere es mit einer band könnte ich in der theorie sogar machen hat spaß gemacht ja alles klar habe ich noch getroffen wahrscheinlich verdient ohne witz sie hat den tod verdient aber ich hier aufräumen wer möchte heute umsonst immerhin ein treffer nein dieser hier wegen glatten selbstmord aber er kamen auf diese schreckliche idee nein mit dem möchte ich auch gar nicht kämpfen du bist einfach irre scheiße ja an die zwei kommen ja auch nicht mal ran boah boah das ist halt so gefährlich dass sich so eine random grüne einfach trifft die Angst geht mir nie weg ah verpiss dich oh ich würde ganz gern ah verdammt ja er hat den stern aber hat sich genutzt ich habe gut gehandelt alter ich bereue es nicht treff 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 scheiße ja es hat doch getroffen WTF hm was willst du was will der was will der hat der ein problem mit mir oh to fanat joshi wollte ich nicht komm schon verdammt ja 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 nein ja es hat aber noch gezählt wir sind alle geöffnet worden hehehe wuh cool gullende auf jeden fach ja 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 ja